Guten Tag, mein Name ist Odile Kennel. Ich lese aus meinem Roman, was Ida sagt, drei Passagen, in denen je eine meiner drei Protagonistinnen zu Wort kommt. Nichts hat Louise gedacht, als Ida ihr mit der Hand über den Hinterkopf gefahren ist. Sie ist einfach nur erschrocken, denn wer rechnet schon damit, dass einem jemand auf einer Beerdigung über den Hinterkopf fährt. Niemand rechnet damit. Auch dann nicht, wenn die Haare so kurz geschoren sind, dass der Reiz, sie anzufassen, unwiderstehlich erscheint. Wie fühlt sich das an? Darf ich mal? Und ehe man sich's versieht, streicht einem eine wildfremde Person über den Kopf. Aber doch nicht auf einer Beerdigung. Doch nicht, wenn die Trauergäste eine böse Blicke zuwerfen, weil sie den Haarschnitt für eine Provokation halten, aber nichts sagen. Denn man wahrt Haltung auf Beerdigungen. Man kommt zum Gottesdienst, man bringt Blumen mit, man trägt angemessene Trauerkleidung und keinen Rucksack. Nichts, dachte Louise also. Sie erschrak und nahm im selben Augenblick wahr, dass die Berührung sie gleichermaßen empörte wie genussvoller Schaudern ließ. Denn es fühlt sich gut an, wenn einem jemand, und sei es jemand Unbekanntes, vom Nacken bis zum Scheitel über die kurz geschorenen Haare streicht. Was heißt hier unbekannt? Die Frau um die 60, der sich Louise gegenüber sah, als sie sich umdrehte, kam mir nicht wirklich bekannt, aber doch so vertraut vor, dass sie einen Moment zweifelte, ob die Frau weiter vorne im Trauerzug, die sie für ihre Mutter hielt, tatsächlich ihre Mutter war. Bis sie begriff, dass sie vor Ida stand, der Cousine ihrer Mutter, der Tochter der Verstorbenen und ihrer eigenen Cousine unbekannten Grades, von deren Existenz sie bis vor wenigen Tagen nichts gewusst hatte. Louise dachte Cousine und unbekannten Grades, aber nicht Mutter, nicht Mère und auch nicht Maman, sondern Paulette. Denn seit sie vor elf Jahren ihren Geburtsort, eine kleine normannische Gemeinde namens Boulay, verlassen hatte, war aus ihrer Mutter für sie Paulette geworden. Nicht von heute auf morgen. Louise hatte kein Zeichen setzen wollen, sondern allmählich. Als habe die räumliche Entfernung sich in den Worten niedergeschlagen. Von ihrer Mutter mit dem Vornamen zu sprechen, war für Louise ein Ausdruck von Distanz und nicht etwa von Intimität. Boulay zu verlassen und nach Berlin zu gehen, war hingegen eine Entscheidung gewesen, die sie mit 17, kurz vor dem Abitur, auf der Beerdigung ihres Vaters getroffen hatte, auf eben diesem Friedhof, wo heute ihre Großtante Adrien zu Grabe getragen wurde. Sie war damals im weißen Hemd, in schwarzer Männerhose, mit Hosenträgern, schwarzem Sakko und Sonnenbrille erschienen. Und während sie wie jetzt auf den Rücken ihrer Mutter gestarrt und in ihrem eigenen Rücken die Blicke der Trauergäste gespürt hatte, war ihr klar geworden, dass sie unmöglich bleiben konnte. Nicht bei ihrer Mutter, nicht einmal in der Nähe ihrer Mutter. Und dass sie weggehen würde, um ein eigenes Leben zu beginnen, andere Orte kennenzulernen und zu studieren, aber vor allem, um nicht zurückzukehren. Was willst du in Berlin? fragten ihre Klassenkameraden. Und sogar ihr bester Freund Gregoire zog die Augenbrauen hoch. Aber wieso denn Deutschland? Luis zuckte mit den Schultern. Man muss doch nicht immer alles erklären, oder? Niemand verlangte heute eine Erklärung dafür, warum sie nach elf Jahren, ausgerechnet zur Beerdigung einer Großtante, der sie nicht einmal besonders nahe gestanden hatte, dann doch nach Böhle gekommen war. Ja.